Moin Moin liebe Leute und willkommen zurück zur neuen Runde Battlefront. Wir sind hier irgendwo in der Wüste, auf dem Wüstenplaneten. Ich weiß nicht wie er wieder heißt. Alka, Alka was? Alka seltsam. Auf jeden Fall sind wir nicht das Imperium. Sondern die freundlichen Rebellen diesmal. Kriegt überhaupt keinen Schaden. Pass auf da hinten ist so ein blöbes Fliegelding. Jetzt muss ich um die Ecke rum sind ganz viele. Ja, hier geht's. Die landen alle oben auf den Rocken. Ich versuche immer da rüber zu öffnen um sie zu verwirken. Aber ehrlich gesagt verwirre ich mich mehr selben. Ja, ich kenn das. Ja? Ich kann ja auch nicht vernünftig raufhippen. Ein gezielter Schiss und ein gezielter Granate. Da sind so viele. Also das muss ich sagen, das nervt mich total. Du hast, ähm, einen Granatenwurf. Ja. Und spielst lange nach der Animation des Granatenwurfs. Jaja. Und explodiert ihn trotzdem auf deiner Stelle. Das ist scheiße. Wenn die explodieren gar nicht. Doch, doch. Aber auf der Stelle. Wenn man mir jetzt mal ein bisschen. Also da, ich versuche da nicht mehr durchzugehen. Das ist mir zugegangen. Das hat irgendwie keinen Sinn in meinen Augen. Ja. 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 Ich weiß es. Ich sehe nicht, ich habe aber nichts für einen ATS-T dabei. Oh nein. Er guckt außerdem auch in die falsche Richtung. Aber hier ist mir das relativ. Ich spring jetzt einfach darüber und gehe in die Höhle. Also ich mag die mehr. Das ist wirklich cool. Ja. Und hier in den Höhlen fühle ich mich schon viel. Ja. Ich komme hinterher. Ich wundere, wenn ihr eine ins Kreuz schieft nicht lässt. Das ist keine Sau. Nö. Haben sie es aber wirklich so einen Höhlenmenschen angewärt? Ähm. Komm wir gehen wieder zurück. Nein, nein, nein. Du meinst nicht? Nein, nein. Meinst du hier gibst dann was zu hoch? Ingegriff. Was was zu mischen. Das Problem ist, wir können den Kontrollpunkt halten nicht, den hier vorne einnehmen. Wir müssen erst den hinten einnehmen. Ist cool, dass das immer so mit den Viechern hier in der Krabbe, ne? Und rausfliegen. Wir werden ihn jetzt schön in den Rücken noch offen. Ganz vorsichtig und langsam. Oh, wir laufen nicht hin. Hey, wo willst du hin? Ja. Wollen wir ihn schon mal umgucken. Hier könnten nämlich schon welche irgendwo... Diese imperialen Eimer könnten wir über den schlechten Kontrollpunkt. Ja. Kilometergeld. Sollen wir hier rauf? Auf die Lok? Aber wir setzen uns hier einfach an der Ecke. Und gucken, ob's einer merkt. Das ist das Ende von Dova-Pack. Oh, ich doch nicht. Oh nein! Das hat einer gemerkt. Jetzt haben wir 500 Kilometer gelaufen. Echt? Vom Scheiß, Alter. Wir hätten wenigstens vielleicht einer nach vorne, einer nach hinten gucken sollen. Wäre jetzt ja nicht die schlechteste Wege gewesen. Das ist fast wieder selber getötet. Schlauwerwer. Oh nein! Direkt von dem Wasser gelaufen. Direkt von dem Wasser gelaufen. Überlegen halt, ob ich nochmal umändere auf ein Setup, dass sie müssen. Was auch am Tag? Ja. Was soll ich denn machen? In der Laufe? Ja. Was soll ich denn machen? Ich hab' rausgeschaut packen. Das Schlachtfeld durchhalten. Wir schaffen das. Der Scheiß Walker ist für 14.000 dran. Sollen wir jetzt gegen den machen? Erfee ist ein bisschen, so ein bisschen unfair auf diesem Maps. Was? Was? Zweige. Oh mein. Ich bin der aller schlechte. Ich habe 1 zu 9, Alter. Ich kann nicht mehr gar nicht mehr. Wir müssen mal einer, muss mal so ein Fliege-Dings-Pumpster besetzen, sonst wäre das ja nichts. So nicht. So nicht. So nicht. das ist weil sie dann nur zu so einem gleiter fliegt es kommt nicht dass ich das fliegen könnte ja ich habe sie gesehen aber ich kann so weit nicht schießen haben auf nahe distanz krieg immer auf die fresse ich bin einfach zu schlechten das ist gerecht ich probier es jetzt mal an von hinten von hinten von oben der typ alter der steht schon die ganze zeit da oben geordnen denkst du den kriegt mal irgendwer zwischen den ketten von dem krieg sind irgendwie sind bei mir überall welche das kann von vorne und von hinten welche ja und dann ist der typ da oben wieder auf den stein drauf und jetzt wenn ich oben auf den stein laufen und ich sofort habe uns den weg gefleckt ja komm ich werde uns holt ach 6 wir sind dabei einen kontrollpunkt zu sichern komme ich hier oben rüber ich bin hinter dir hey komm zurück da ist der wacke ach das ist unten im felsen wir müssen weg in den fein ja ich bin in den fein ja ich bin in den fein dass er da nicht eingegangen sind das ist natürlich nicht für nahe komft ausgerüstet aber egal easy kommt rein jetzt hier wir müssen uns vergunkern los jetzt kommen sie wieder alle ich habe keine chance muss aufpassen mit dem tun hier unten sind schwarze leute der gewalt des feindes von das war genau das gegenteil von gut er ist sehr gut aber ich kann ja wir haben ja nur dings gespielt rebell nicht imperium dann wird ihr jetzt viel besser der uns einschalten ist zunächst mal mach's gut tschüss